den Tagesordnungspunkt 24. Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte, Platz zu nehmen. Herr Baumann, können wir fortfahren? Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Gesetz zum Neustart der Energiewende ein bisschen sperriger Titel, aber er sagt genau das, worum es geht, ist ein wichtiges Gesetz und ein komplexes Gesetz. Deswegen lassen Sie mich erst einmal mit einem Dank anfangen, dass die Fraktion, dass Sie es jetzt aufgesetzt haben, dass es eine zügige Beratung gibt, dass Sie sich entschlossen diesem manchmal etwas sperrigen Thema annehmen. Dafür danke ich sehr. Es ist ein wichtiges Gesetz, weil es die Brücke zwischen Produktion und Verbrauch schlägt oder schlagen kann. Die Technik ist reif. Viele Länder in Europa nutzen sie als Standard. Deutschland hinkt hinterher. Dieses Gesetz ist, wenn man im Bild bleiben darf, so etwas wie das Schnüren der Laufschuhe. Dann sollten wir zum Sprint ansetzen, um diese Technik auch wirklich einzusetzen. Denn sie hat einen hohen Nutzen. Erstens nützt sie den Verbrauchern. Sie stellt die Möglichkeit dar, dass variable Stromtarife bei den Haushalten oder bei den Unternehmen ankommen und dass damit die Vorteile eines sich veränderten Energiesystems, also die erneuerbaren Energien, die Preissignale, die sie senden, dann auch endlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Zweitens. Es hat einen Nutzen für die Netzbetreiber. Die Netzbetreiber können durch die Daten den Netzausbau und die Führung des Netzes einfacher und präziser vornehmen. Drittens. Dadurch haben wir einen Nutzen für die Allgemeinheit, weil sich die Ausbaukosten der Verteilnetze deutlich reduzieren werden. Viertens. Gibt es einen Nutzen für Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade Start-up-Unternehmen, die mit den Möglichkeiten dieser Smart Meter neue Geschäftsmodelle für die Führung von Energien entwickelt werden? Sehr geehrte Damen und Herren, damit das Ganze alles funktioniert, müssen wir ein paar Dinge deutlich ändern. Das Gesetz sieht diese Änderung vor. Erstens muss es einen verbindlichen Rollout-Fahrplan geben. Wir können es nicht einfach mehr sozusagen dem Willkühl des Geschehens überlassen, ob die Smart Meter ausgerollt werden oder nicht. Das schließt auch ein, quasi als Gegenschuss, dass diejenigen, die dieses Smart Meter einbauen wollen, ein Recht bekommen in einer kurzen Frist, dass diese Smart Meter eingebaut werden. Das Gesetz entrümpelt das Genehmigungsverfahren, beispielsweise indem sie es auf die BSI-Markterklärung verzichtet oder die sogenannte Drei-Hersteller-Regel aussetzt. Es gibt genug Geräte, die auf dem Markt verfügbar sind. Wir sollten sie jetzt endlich anschließen. Außerdem sorgt es für eine gerechtere Kostenverteilung. Die Gebühren entsprechen denen der Drehstromzähler, also 20 Euro. Die anderen Kosten werden von den Netzbetreibern getragen, die, wie ich eben ausführte, ebenfalls einen großen Nutzen haben. Viertens stärken wir mit der Gesetzesnovelle auch den Datenschutz. Man würde ja denken, der Smart Meter führt zu einem schwächeren Datenschutz oder könnte kommen. Durch Anonymisierung und die Pflicht vom Löschen per Design sorgen wir für eine Steigerung des Datenschutzes. Sehr geehrte Damen und Herren, es wird noch Debatten im Konkreten geben. Aber lassen Sie uns dieses Gesetz schnell verabschieden, das wir endlich anschließen wieder an das Tempo in Europa. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Maria-Lena Weiß das Wort. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich gleich vorneweg sagen, das Ziel, das Energiesystem zu digitalisieren, ist richtig und hat unsere Unterstützung. Smart Meter sind die zentralen Bausteine, die es dazu braucht. Sie sorgen für Transparenz im Verteilnetz und sorgen dafür, dass der zusätzlich erforderliche Netzausbau dort erfolgen kann, wo es im Netz notwendig ist. Der Gesetzentwurf enthält durchaus gute Ansätze, wie das Messstellenbetriebsgesetz so repariert wird, dass Bewegung in die Digitalisierung der Energiewende kommt. Dazu gehört beispielsweise der Wegfall der Markterklärung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und der Wegfall der drei Herstellerregel, die den Rollout bisher verhindert haben. Liebe Ampelregierung, Sie müssen den Gesetzentwurf aber noch an zentralen Stellen nachbessern, damit das Gesetz wirklich die gewünschte Wirkung entfaltet. Und deshalb, Herr Minister Habeck, sollte jetzt nicht die zügige, sondern die gründliche Debatte im Vordergrund stehen. Der Smart Meter Rollout wird nur in Gang kommen, wenn er für diejenigen, die ihn umsetzen, wirtschaftlich darstellbar ist, wenn Komplexität verringert und Bürokratie abgebaut wird. Lassen Sie mich näher darauf eingehen, wo Sie im Laufe des Verfahrens noch nachbessern müssen. Sinnvollerweise hätte am Anfang dieses Gesetzgebungsverfahrens eine Neuberechnung von Kosten und Nutzen des Rollouts stehen müssen. Stattdessen soll eine Überprüfung erst ab 2024 erfolgen. Und es wird an Preis-Obergrenzen festgehalten, deren Grundlage, deren Berechnungsgrundlage aus den Jahren 2013, 2014 ist, die alle Preissteigerungen also der letzten zehn Jahre nicht berücksichtigen. Der Anreiz für Messstellenbetreiber, den Rollout möglichst schnell voranzutreiben, ist so nicht gegeben, weil Ihnen die finanzielle Planungssicherheit fehlt. Und das ist ein Punkt, an dem Sie dringend nacharbeiten müssen. Wenn man sich dann, wie Sie, in Ihrem Gesetzentwurf dafür entscheidet, den Großteil der entstehenden Kosten der Allgemeinheit mutmaßlich über die Netzentgelte aufzuerlegen, dann regeln Sie das bitte auch und schieben Sie diese Frage nicht nach hinten. Deshalb schließen Sie diese Regelungslücke, sorgen Sie für Planungssicherheit auch beim Netzbetreiber und kümmern Sie sich darum, dass er die auf ihn zukommenden Kosten nicht vorfinanzieren muss, sondern dass er sie unmittelbar erwirtschaften kann, beziehungsweise im Rahmen der Anreizregulierung gelten machen kann. Neben der Wirtschaftlichkeit dürfen die Messstellenbetreiber auch an anderer Stelle nicht überfordert werden. Ihnen muss die Möglichkeit bleiben, den Rollout dort voranzubringen, wo er am wichtigsten ist. Dass jeder Kunde auf Antrag zeitnah ein intelligentes Messsystem eingebaut bekommen kann, unabhängig von dem Nutzen für das Gesamtsystem, das birgt die Gefahr von Ineffizienzen gerade in der wichtigen Hochlaufphase. Das gilt umso mehr vor dem Hintergrund des Mangels an verfügbaren Fachkräften. Schaffen Sie deshalb die Möglichkeit für Messstellenbetreiber, dass sie Pflichteinbaufälle prioritär behandeln können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu komplizierte Regelungen behindern nicht nur den Rollout, sondern sie verursachen auch unnötige Kosten. Deshalb lassen Sie uns die Überarbeitung des Messstellenbetriebsgesetzes auch nutzen, um Bürokratie und Überkomplexität abzubauen. Der Gesetzentwurf sieht 36 neue Planstellen für das BSI, das BMWK und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt vor. In diesem Zuge von Entbürokratisierung zu sprechen, das ist schon ein Widerspruch in sich. Und dann zur Zertifizierung. Das Warten auf die Zertifizierung von drei Herstellern fällt weg, das ist zu begrüßen. Aber auch das Nadelöhr der Zertifizierung durch das BSI muss weg. Gerade einmal vier Smart Meter Gateways sind vom BSI für den Markt zertifiziert, weil nur das BSI überhaupt zertifizieren darf. Das Know-how für die Zertifizierung der eigenen Produkte haben die Hersteller selbst. Deshalb muss hier auch nachgesteuert werden. Der Abbau von Überkomplexität betrifft auch die umfangreichen Informationspflichten des grundzuständigen Messstellenbetreibers gegenüber den verschiedensten Akteuren. Informationspflichten, denen nicht immer ein wirklicher Mehrwert entgegensteht. Statt diese auf ein sinnvolles Maß zu beschränken, verkürzt der Gesetzentwurf die Informationsfristen und verschärft das Problem zusätzlich. In dieselbe Kategorie, zu umständlich und auch veraltet, reiht sich auch das Eichrecht ein. Es kann doch nicht sein, dass es eine Erneuerung der Eichgültigkeit braucht, nur weil ein neues Update aufgespielt wird. Das Eichrecht in seiner jetzigen Form passt nicht zur Digitalisierung und muss im Zuge des Neustarts der Digitalisierung der Energiewende unmittelbar mit angepackt werden. Liebe Ampelregierung, es ist zu begrüßen, dass Sie den Smart Meter Rollout angehen. Sorgen Sie jetzt dafür, dass aus dem gut gemeinten Entwurf nun auch ein durch und durch gut gemachtes Gesetz wird. Die Union unterstützt Sie gerne dabei. Danke. Das Wort hat der Kollege Robin Messer-Rosch für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, draußen weht der Wind. Die Windkrafträder in Deutschland drehen sich. Dabei entsteht Strom, supergünstig und klimaneutral. Dabei entsteht auch eine ganze Menge Strom. Oft entsteht sogar mehr Strom, als wir in dem Moment durch unsere Stromnetze kriegen oder verbrauchen können. Wenn das passiert, dann schalten wir auch Windkrafträder ab. Das ist dumm. Das ist dumm. Einfach nur dumm. Stellen Sie sich jetzt vor, der Wind, der eben noch weht, flaut für einige Stunden ab. Jetzt kommt in Sigmaringen, wo ich wohne, oder woanders jemand auf die Idee, sein Elektroauto aufzuladen. Wir haben in Deutschland schon rund 850.000 Elektroautos. Da kommt was zusammen. Wenn jetzt gerade kein Wind weht und vielleicht auch die Sonne nicht scheint, dann schalten wir jetzt viele Kohle- und Gaskraftwerke ans Netz, oder die sind schon am Netz, damit der Strom reicht. Das ist doch dumm. Für Kohle und Gas zahlen wir einen Haufen Geld. Und außerdem zerstört ihr CO2 unser Klima. Mit dieser teuren und schmutzigen Energie laden wir in Deutschland dann Hunderttausende Autos, nur weil wir es nicht hingekriegt haben, sie dann zu laden, als gerade der Wind geweht hat. Das ist dumm. Ich finde, mit dummen Lösungen dürfen wir uns nie zufrieden geben. Nie. Was können wir also tun? Intelligent wäre es doch, die Elektroautos dann zu laden, wenn gerade viel Wind weht. Also, wenn viel günstige Energie da ist. Dumm wäre es aber, wenn jeder immer selber draußen schauen muss, ob der Wind gerade weht oder nicht. Da wäre es doch super, wenn das jemand für uns macht, wenn jemand zum Stromnetz sagt, hallo Stromnetz, ich würde hier gerne ein Elektroauto vollladen, eilt nicht besonders, ich habe die ganze Nacht Zeit, nur morgen früh sollte es voll sein. Wie sieht es aus? Hast du gerade viel sauberen und günstigen Strom für mich, oder soll ich warten? Das Schöne ist, diesen jemand gibt es. Das ist er hier. Das ist ein Smart Meter Gateway als Teil von einem intelligenten Stromzähler. Das ist das, worüber wir heute reden. Mit diesem kleinen Gerät können wir das schaffen, wovon ich eben gesprochen habe. Wir können Energie viel intelligenter einsetzen. Lassen Sie mich das noch mal ausführlich erklären. Bislang haben wir Stromzähler, die können eigentlich nur eins, sich im Kreis drehen und Strom zählen. Kollege Mesa-Rosch, ich muss Sie mal kurz unterbrechen. Ich habe auch die Uhr angehalten. Erstens. Wir halten für das Protokoll fest, dass der Kollege versucht, nicht nur sehr anschaulich in Bildern zu reden und uns zu erklären, worum es geht, sondern er hat also das Gerät, um das es hier geht und das wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht kennen, mitgebracht. Das ist im Protokoll schwer nachlesbar, was Sie da gerade getan haben, weil wir das mit dem Wort darstellen. Jetzt stellt sich die Frage, ob Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Kraft zulassen? Nein. Ich leite das gerne aus, zumindest kurzfristig, aber ich möchte jetzt gerne weiter ausführen, was es damit genau auf sich hat. Wie gesagt, die bisherigen Stromzähler können nicht viel. Die reden nicht, die kommunizieren nicht. Und weil die nichts sagen, müssen wir, also unser Energiesystem, heute immer schätzen, wie viel Energie wir bereitstellen müssen. Schätzen ist leider eine etwas grobe Geschichte, bei der man sich auch mal ein bisschen verschätzen kann. Und jedes Mal, wenn sich unser Energiesystem verschätzt, zahlen wir alle mehr Geld über die Netzentgelte. Das ist schon mal schlecht. Wir können aber auch mal das Energiesystem sein lassen. Ein intelligenter Stromzähler, der reden kann, kann ja auch mit uns reden. Zum Beispiel kann er uns in der App zeigen, wofür wir gerade viel Strom verbrauchen. Und Abgeordnete, Minister, auch Bundeskanzler kriegen ja oft die Frage gestellt, wissen Sie, was im Moment eine Packung Butter im Supermarkt kostet? Kann man sich streiten, ob das eine sinnvolle Frage ist? Aber ich will die Frage mal zurückstellen. Wissen Sie zu Hause, wie viel Geld Sie dann bezahlen wie vor Strom, wenn Sie die Waschmaschine laufen lassen? Weiß kaum jemand in Deutschland. Über eine App, die mit einem intelligenten Stromzähler verbunden ist, würde man das ziemlich leicht rauskriegen. Und bevor manche jetzt Schnappatmung kriegen, in Deutschland darf jeder seine Wäsche waschen, wann er will, und in Deutschland darf jeder seinen Autoladen, wann er will. Das ist Freiheit. Intelligent ist nur dann Strom zu verbrauchen, wenn viel Strom da ist, weil das unser Klima schont und weil das unseren Geldbeutel schont. Und genau dabei helfen uns am Ende diese Geräte intelligente Stromzähler. Vielleicht klingt das noch kompliziert, aber das kann auch ganz einfach sein. Man stellt das einmal ein und zum Beispiel lädt dann das Auto ab sofort, wenn der Strom am günstigsten ist. Zugegeben, bis dahin brauchen wir noch einige Schritte, aber auf diesem Weg machen wir uns ja heute. Wir ändern einen Haufen Gesetze, damit das alles in den kommenden Jahren auch in Deutschland Wirklichkeit wird. Die Technik gibt es schon. Hier ist sie. Sie muss jetzt in alle Stromkästen in Deutschland. Darum werden wir einen klaren und verbindlichen Fahrplan beschließen, wie wir bis 2030 in 95 Prozent aller Haushalte, also in fast alle, intelligente Stromzähler bekommen. Natürlich darf das für niemanden teuer sein. Das ist klar. Deswegen drücken wir die Kosten, dass es für alle günstig ist. Und es wird ja sogar noch günstiger. Wir haben das gehört mit den dynamischen Strompreisen. Das heißt, wenn der Strom gerade günstig ist, sagen wir, das muss auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen, dass, wenn ich Strom dann verbrauche, wenn er günstig ist, dass ich auch weniger zahlen muss. Und das beschließen wir auch mit diesem Gesetzesentwurf. Und natürlich muss das alles sicher sein. Deswegen werden wir den Datenschutz einmal besser, aber auch leichter handhabbar machen, damit wir es wirklich hinkriegen, bis 2030 in jedem Haushalt so ein Gerät zu haben. Meine Damen und Herren, alles hat einen Haken. Das ist im Leben immer so. Auch diese Geräte. Ich verstehe es, dass es kein schönes Gefühl ist, wenn man vor seinem Stromkasten steht und der Stromzähler intelligenter ist als man selber. Aber deswegen verstehe ich es, wenn die AfD unserem Antrag hier nicht zustimmen wird dieses Mal. Allen anderen sei gesagt, ich finde, Klimaschutz darf nie eine Frage von links, rechts, oben, grün, rot oder was auch immer sein. Klimaschutz ist einfach intelligent. Lassen Sie uns intelligent handeln, unsere Stromzähler intelligenter machen, dann wird es für alle günstiger, sicherer. Und da wollen wir ja alle hin. Haben Sie vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Dr. Kraft das Wort. Ja, vielen Dank. Schade, dass das intelligente Stromzähler die Rede nicht gehalten hätte. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Schade, dass Sie die Frage nicht angenommen haben. Ich werde trotzdem diese Intervention als Frage formulieren. Sie haben insinuiert in Ihrer Rede, dass die Anwendung von spontan zufällig auftretender Wetterenergie ein Vorteil wäre und dass die Nutzung von Energie kontinuierlich und zur Verfügung gestellt durch industrielle Prozesse ein Rückschritt wäre. Demzufolge wäre es Ihrer Logik zufolge so, dass der Müller, der mit einer Windmühle im Mittelal sein Getreide gemalt hat, unglaublich intelligent gehandelt hat und dass der Industrielle, der eine Dampfmaschine benutzt hat, um seine Angestellten von 8 bis 18 Uhr arbeiten zu lassen, für einen massiven Mehrwert für die Gesellschaft, dass das der Dumme wäre. Und ich frage mich jetzt oder ich frage Sie explizit, wie Sie denn dazu kommen, im dritten Jahrtausend den Leuten diesen zivilisatorischen Rückschritt als Fortschritt verkaufen zu wollen? Sie haben die Möglichkeit zur Erwiderung. Bitte. Ich finde es sehr aussagekräftig, dass, während alle über Digitalisierung sprechen, Sie Beispiele aus dem Mittelalter bemühen. Der Punkt ist doch, dass es klüger ist, weniger Energie zu verbrauchen, wenn man weniger Energie verbrauchen kann. Und genau das ermöglichen uns diese Einrichtungen, jetzt bin ich dran, und das stellen wir damit sicher. Worauf Sie setzen, das ist so diese Philosophie, man hat Atomkraftwerke, die laufen die ganze Zeit durch, ballern Energie raus, Energie raus. Das ist teuer für alle Leute in Deutschland, das ist unsicher, siehe Frankreich. Deswegen sagen wir, wir machen das lieber mit vielen, vielen kleinen Kraftwerken, Solarkraftwerken. Da hätte sich der Müller im Mittelalter gefreut, aber ja, hilft ihm jetzt leider nicht mehr. Und deswegen noch mal, wir können hier Energie klug einsetzen, nämlich indem wir die Energiemengen, die wir haben, besser dorthin bringen, wo wir sie auch brauchen und eben nicht Energie abschalten, wenn wir kurze Zeit später eigentlich Energie bräuchten, sie dann aber teurer ist. Deswegen schauen Sie sich gerne noch mal den Antrag an. Da steht eigentlich alles drin. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Marc Bernhardt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, Ihr Stromanbieter weiß, wann Sie aufstehen, wann Sie ins Bett gehen, ob Sie alleine zu Hause sind, wann Sie sich was zu essen kochen und was Sie im Fernsehen anschauen. Und dann stellen Sie sich auch noch vor, dass der Stromanbieter Ihnen jederzeit ohne Vorwarnung die Heizung und den Strom fürs E-Auto abstellen kann. Das bedeutet, Sie kommen von der Arbeit nach Hause, freuen sich auf Ihre warme Wohnung. Die ist aber kalt, weil Ihnen wegen Stromrationierung der Strom zum Heizen abgestellt wurde. Sie entscheiden sich daher, zu Freunden zu fahren, um sich dort aufzuwärmen. Aber der Akku Ihres E-Autos ist leer. Denn auch dafür wurde der Strom abgestellt. Sie glauben, das sei eine Szene aus einem Hollywood-Endzeitfilm oder aus George Orwells 1984. Nein, das sind die Szenarien, die diese Regierung mit diesem Gesetz vorbereitet. Dass die intelligenten Stromzähler, die sogenannten Smart Meter, die die Regierung flächendeckend in jeden Haushalt bringen will, tiefste Einblicke in das Privatleben der Bürger verraten, bestätigt sogar eine Studie Ihres eigenen Bundesforschungsministeriums. Forscher der FH Münster konnten mit diesen Smart Metern exakt feststellen, wann welche Haushaltsgeräte benutzt wurden und sogar welches Fernsehprogramm angeschaut wurde. Und wie wertvoll diese Daten sind, kann man daran sehen, dass es bei Google Überlegungen gab, den Verbrauchern für den Zugriff auf ihre Daten Gratisstrom zur Verfügung zu stellen. Die Regierung behauptet, durch Smart Meter würden die Stromkosten sinken und die Netzstabilität verbessert. Was die Regierung aber hier tatsächlich macht, ist, das eigene Versagen ihrer vermurksten Energiewende auf dem Rücken der Bürger abzuwälzen. Denn wer alles abschaltet, aus allem Aussteig und ein Industrieland allein mit Wind und Sonne versorgen will, ist selbst die größte Gefahr für die Stabilität unserer Energieversorgung. Und wieder besseren Wissens behauptet die Bundesregierung, auch Sie, Herr Habeck, gerade eben, dass durch Smart Meter die Stromkosten sinken würden. Aber die von Ihrem eigenen Ministerium selbstbeauftragte Analyse von Ernst und Young, also Ihre eigene Analyse, kommt so wörtlich zum Ergebnis, dass sich mit intelligenten Zählern in Durchschnittshaushalten keine Kosten einsparen lassen. Weiter, sagt sie, danach übertreffen die Kosten die möglichen Einsparungen sogar erheblich. Und eine flächendeckende Einbauverpflichtung wird von dieser Analyse als unzumutbar bewertet. Und Verbraucherschutzorganisationen in Ländern, die diese Smart Meter bereits eingeführt haben, bestätigen, dass dadurch die Kosten sogar noch weiter gestiegen sind. Was Sie hier also machen, ist die Menschen in diesem Land bewusst zu täuschen, um von ihrem eigenen Totalversagen bei der Energiewende abzulenken. Laut der Verbraucherzentrale setzen Sie die Menschen damit den Gefahren krimineller Machenschaften aus, die diese Daten missbrauchen können. Für die Menschen bringt dieses Gesetz also keinen Nutzen, sondern nur Schaden und Risiken. Lassen Sie doch einfach die sichersten Kernkraftwerke und die saubersten Kohlekraftwerke der Welt weiterlaufen. Und dann müssten wir uns heute mit diesem ganzen Wahnsinn überhaupt nicht beschäftigen. Geben Sie Big Brother keine Chance. Das Wort hat der Kollege Konrad Stockmeyer für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Bernhard, bei den Maßstäben, die Sie so an Datensicherheit ansetzen und bei den Horrorszenarien, die Sie jetzt bezüglich der Smart Meter hier aufmachen, kann ich Ihnen und Ihren Fraktionskollegen nur empfehlen, schalten Sie sofort bis ans Ende Ihrer Tage Ihre Handys aus. Das wäre ein konsequentes Verhalten. Das wäre ein konsequentes Verhalten, würde auch dazu dienen, dass Sie wesentlich weniger Unfug posten und twittern. Fetten wir alle toll. Wir haben es hier mit einem weiteren Gesetzentwurf zu tun, der, wie viele andere, sehr gut unter den Titel des Koalitionsvertrages passt, mehr Fortschritt wagen. Und wir wagen hier mehr Fortschritt in eine Richtung, die mehr Freiheit ins Land bringen wird, die den Menschen in diesem Lande mehr Selbstbestimmung ermöglicht. Und es wird auch mit Effizienz Hand in Hand gehen. Das ist an diesem Tage von dieser Stelle aus eine gute Botschaft. Denn nachdem wir im Osterpaket den Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend vorangetrieben haben, wird jetzt der digitale Rollout der Energiewende entscheidend dazu beitragen, dass wir jetzt auch noch das Thema des Netzausbaus und auch der Speicherung so integrieren und so digital optimieren, dass die Energiewende auch mit einem neuen Ausmaß an Effizienz und Freiheit für die Menschen in unserem Lande gelingen kann. Denn die Digitalisierung der Energiewende bedeutet, dass Netze, unbenommen von den Notwendigkeiten des Netzausbaus wesentlich effizienter genutzt werden können, dass die Produktion von Energie wesentlich effizienter genutzt werden kann, als es jetzt der Fall ist. Dabei möchten viele Menschen in diesem Lande mitmachen. Und das eröffnen wir Ihnen mit diesem Gesetzentwurf. Netzdienliches und bidirektionales Laden beispielsweise möchte ich als positives Beispiel anführen. Es ist toll, dass in deutschen Unternehmen, sei es bei den großen Konzernen, aber eben auch bei vielen Mittelständlern, längstens Ingenieurinnen und Entwickler an tollen Lösungen arbeiten, wie wir mit dem digitalen Rollout der Energiewende zu Optimierungen gelangen können, die es bisher in diesem Land noch nicht gegeben hat. Ich sehe da übrigens auch erhebliche Exportchancen für unsere Unternehmen. Es ist auch erwähnt worden, dass wir bei der Digitalisierung der Energiewende, überhaupt bei der Ausstattung mit Smart-Mietern, auch im europäischen Vergleich empfindlich hinterherhinken. Deswegen finde ich es auch als Europapolitiker eine ganz positive Sache, dass wir das jetzt vorantreiben, dass wir damit auch einen Beitrag dazu leisten, die Integration des europäischen Strommarktes voranzubringen. Das ist in diesen Zeiten angesichts des Angriffs auf unser freiheitliches System in Europa gebotener denn je. Die Digitalisierung ist selbstverständlich eine liberale Herzensangelegenheit. Deswegen freue ich mich besonders darüber, dass nach der Einbringung der Digitalstrategie durch Bundesminister Volker Wissing wir jetzt auch im Energiebereich mehr Tempo wagen und da entscheidend dabei vorankommen. Dieses Vorhaben wird Flexibilität schaffen. Es ermöglicht dynamische Tarife, damit Verbraucherinnen und Verbraucher ganz neue Freiheitsgrade kriegen, damit sie ganz anders auf Preissignale reagieren können. Aus Sicht der Freien Demokraten wird es dabei durchaus auch wichtig sein, das Gesetz im Verlauf der Beratungen so auszugestalten, dass auch hier die Maßgabe der Datensparsamkeit erfüllt wird, dass wir Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit offerieren, in verschiedenen Graden Daten zu übermitteln, da, wo sie darauf reagieren wollen, es zu tun, und da, wo sie es vielleicht auch nicht wollen, es bleiben zu lassen. Auch da gibt es tolle technische Lösungen, die wir in diesem Gesetz auch noch mit verankern können. Ebenfalls, Frau Kollegin, das ist zu Recht angemerkt worden, über das Eichrecht werden wir auch noch mal darüber schauen, damit das möglichst praktisch und unbürokratisch ins Werk gesetzt werden kann. Zu begrüßen sind auch die Entbürokratisierungen, die dieser Gesetzentwurf bereits bereithält, also beispielsweise, dass die drei Herstellerregeln entfällt. Alles in allem schieben wir hier also ein Vorhaben an, dass die Freiheitsenergien wesentlich effizienter und auch freiheitlicher nutzbar machen wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir viele Menschen in diesem Lande dabei mitnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Klaus Ernst für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Smart Meter sollen unseren Verbrauch effizienter gestalten. Absolut ein richtiges Ziel, den Verbrauch effizient zu gestalten. Es sollen dynamische Tarife eingeführt werden, bis 25, absolut okay. Verbräuche werden sichtbar und können an Strompreise angepasst werden. Die Kosten dürfen nicht über 20 Euro sein, Punkte, die man alle befürworten kann. Allerdings, und ich glaube, dieser Punkt ist ein wenig unterbelichtet, auch in Ihrem Gesetz, wir haben natürlich das Problem, dass massiv Daten erfasst werden, Daten erhoben werden, von denen wir nicht wissen, was mit diesen Daten passiert. Das ist nicht geklärt und ist wahrscheinlich auch gar nicht zu klären. Es werden neue Geschäftsmodelle für die entstehen, die diese Daten verwenden können und beziehen. Die Frage ist, ob der, der die Daten ermittelt, also der, der sie produziert, ob der eigentlich tatsächlich dann auch noch was davon hat. Der Energieversorger Energies schreibt dazu, ich zitiere, mit Zustimmung der Präsidentin, kombiniert man diese Daten im Zeitalter von Big Data mit Daten aus Social Media oder anderen Quellen, ergeben sich ungeahnte Verwertungsmöglichkeiten und ein enorm hohes Ausforschungsrisiko, Zitat Ende. Und ich glaube, das muss man in Zeiten wie diesen, wo alle Daten erhoben werden, wo keiner mehr weiß, wo sie eigentlich landen, schon berücksichtigen und dort auch einen Schwerpunkt darauf legen, dieses Problem zu bewältigen. Und da greift mir momentan dieses Gesetz noch zu kurz. Ich habe den Eindruck, Sie haben da auch noch keine Lösung. Deshalb ist es momentan auch noch nicht so richtig im Bewusstsein angekommen. Das größte Problem allerdings sehe ich, dass Sie damit eigentlich die Energiewende nicht richtig voranbringen. Das ist ja momentan ein ganz anderes Problem in unserem Land, als wie dieses Smart Meter so nett das auch war mit der Darstellung dieses Gerätes. Das Problem ist, zwischen 2009 und 2022 wurden jährlich 2,5 Gigawatt an Land zugebaut, Windräder. Letztes Jahr waren Sie mit 2,1 Prozent Gigawatt Zubau sogar unter diesem Durchschnitt. Um Ihre Ziele zu erreichen, müssten Sie bis 2030 jährlich 7,1 Gigawatt Windkraft zubauen. Das ist kaum noch zu erreichen. Das ist eigentlich der Schlüssel zur Energiewende, Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da kann ich nur sagen, da nützen dann diese kleinen Geräte, die Sie hier vorstellen, nicht, sondern da muss man vielleicht ein bisschen mit größeren Dingen dran gehen. Aus diesem Grund brauchen wir auch nach wie vor, Kollege, wir sind nicht im Bierzelt, machen wir es halt ein anderes Mal miteinander vielleicht. Wir brauchen natürlich deshalb auch noch Gasspeicher. Und ich möchte nur noch mal darauf hinweichen, dass wir mit dieser Übergangstechnologie 2022 noch 29 Milliarden russisches Kubikmeter russisches Gas bezogen. Die werden im nächsten Jahr fehlen. Und mir fehlt von der Bundesregierung noch eine klare Perspektive, wie wir diesen Mangel an Gas ausgleichen können. Danke. Kollege Ernst. Es tut mir leid. Ich kann auch nicht mehr die Frage zulassen, weil die Redezeit war ausgeschöpft. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Mike Außendorf das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Zukunftskoalition räumt hiermit eine Altlast der Vorrängeregierung auf. Das Messstellenbetriebsgesetz war ein Digitalisierungsverhinderungsgesetz. Jetzt legt die Bundesregierung einen Entwurf zum digitalen Neustart der Energiewende vor. Danke, Herr Minister. Wir haben uns als Ziel gesetzt, mit digitaler Innovation zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität beizutragen. Smart Mieter wird dabei ein zentraler Bestandteil sein. Es wird ermöglichen, dass unter Berücksichtigung aktueller Preis-, Verbrauchs- und Einspeisedaten etwa von PV-Anlagen auf dem Dach den eigenen Verbrauch besser zu steuern. Dadurch lassen sich ganz konkret die Stromkosten senken. Und die Auslastung der Netze insgesamt lässt sich besser optimieren. Smart Mieter ist somit ein Vorzeigeprojekt der Ampel. Hier zeigen wir, wie Fortschritt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch digitale Innovation zusammenwirken. Smart Mieter und die Schnittstellen des Smart Mieter-Gateways öffnen auch Tore für Innovationen rund um die Energiewende. Nicht nur die Energieversorger, sondern auch Start-ups warten auf die programmierbare API und werden weitere Szenarien entwickeln. Herr Meserosch hat es schon angesprochen, das dynamische Laden von Autos. Es geht aber weiter darüber hinaus. Mittlerweile unterstützen ja viele Elektroautos bidirektionales Laden. Das heißt, die können auch Strom wieder abgeben und so bei Netzengpässen im Stromnetz aushelfen, um Lastspitzen abzufedern. Das sind also Riesenfortritte. Das gilt umso mehr für Stromspeicher, die schon in vielen Kellern heute stehen im Zusammenhang mit PV-Anlagen, meistens im Winter da ja etwas nutzlos. Aber jetzt sind wir in der Lage, dann auch dank Smart Mieter im Winter, wenn nachts Windstrom überschüssig im Netz ist, diesen kostengünstig oder sogar zu Negativpreisen in die privaten Stromspeicher zu bringen. Weiter die korrelierten Daten. Ich komme gleich noch auf Datenschutz. Über Verbrauch und Einspeisung im Tagesverlauf in Verbindung mit Wetterdaten ermöglichen aber auch in Zukunft dramatisch verbesserte Vorhersagemodelle. Hier kommen dann selbstlernende KI-Systeme zum Einsatz, um dann zum Beispiel rechtzeitig die Bereitstellung der Residuallast zu verbessern. Das heißt, wir erschließen hier neue Datenquellen, offen für Start-ups und für Energieversorger. Herr Ernst, wir nehmen das besonders ernst in diesem Fall, denn das sind schutzwürdige Daten, besonders schutzwürdige Daten. Das Gesetz geht aber hier an vielen Stellen über die Datenschutzgrundforderung noch hinaus, sodass wir hier wirklich die notwendige Transparenz und Akzeptanz herstellen, weil wir sagen, das sind schutzwürdige Daten und die müssen besonders geschützt werden. An der Stelle auch mal Dank an die DSGVO, die nämlich hier für die Akzeptanz sorgen wird. Digitalisierung selber bedeutet aber auch Energieverbrauch. Das müssen wir auch mal, da müssen wir uns ehrlich machen. Smart Meter, Gateways, Router, Server, das bringt alles mehr Stromverbrauch mit sich. Und wir arbeiten also auch daran, Digitalisierung und IT klimaneutral auszugestalten. Beide Seiten der Medaille sind für uns wichtig. Digitalisierung nachhaltig, andersherum durch digitale Innovationen nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen. Und das ist dieses Jahr übrigens auch schärbt ein Thema grüner Digitalpolitik. Ich komme langsam zum Schluss. Ich möchte mich hier ganz besonders bei unserer Energieexperte und Berichterstatterin Ingrid Nesle bedanken, die sich jahrelang für Smart Meter stark gemacht hat. Und wir haben jetzt das Ergebnis, ein Vorzeigeprojekt unserer Fortschrittskoalition. Wir bringen hier Nachhaltigkeit und digitale Innovation zusammen. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Thomas Heilmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die bisherige Digitalisierung in der Energiewende war keine Erfolgsgeschichte. Sie war vor allen Dingen deswegen keine Erfolgsgeschichte, weil wir in Deutschland mal wieder einen Sonderweg gegangen sind. Daran ist natürlich auch meine Fraktion schuld. Maßgeblich! Na ja, warten wir mal ab. Daran ist auch meine Fraktion schuld, das habe ich ja gesagt, weil wir 2016 das von Sigmar Gabriel vorgelegte Gesetz mit verabschiedet haben. Es war deswegen ein Sonderweg, weil wir dem BSI zusätzliche Kontrollrechte gegeben haben, weil wir dem BSI gesagt haben, sie müssen sehr viele Anforderungen, lesen Sie sich mal die Hunderten von Seiten durch, die da auf der BSI-Homepage stehen, was da alles erfüllt werden muss. Mit der Folge, dass wir jahrelang kein Gerät in Deutschland hatten, das diese Anforderungen erfüllt hat, während wir in Italien schon bei der dritten Generation Smart Meter ausrollen waren. Deswegen war das keine Erfolgsgeschichte. Und um es noch mal klar zu sagen, daran sind wir als CDU-CSU-Fraktion natürlich nicht unschuldig. Deswegen ist es richtig, Herr Minister, dass wir das jetzt neu machen. Aber wir gehen schon wieder einen Sonderweg. Und ich hoffe sehr, dass wir im Zuge von Anhörungen und Besprechungen im Ausschuss, Sie haben ja selber gesagt, im Konkreten kann man diskutieren, Dinge da verbessern. In Ihrem Gesetzentwurf schreibt Ihr Haus wörtlich, es sind keine geeigneten Alternativen ersichtlich. Das ist ein interessanter Widerspruch zu Ihrer Rede eben. Und ich würde gerne jedenfalls auf zwei Themen kurz eingehen. Das erste ist das Thema, das Smart-Mieter-Gesetz sollten wir vom Eichrecht befreien. Warum? Erstens ist das Eichrecht Länderrecht. Das heißt, wir haben schon mal 16 verschiedene Umsetzungen. Zweitens, jedes Update müsste neu geeicht werden. Jetzt gibt es Ländereichbehörden, die das sehr großzügig auslegen. Aber ich kann mich als Smart-Mieter-Betreiber oder Installateur nicht darauf verlassen. Und das hemmt auch die Entwicklung. Ich würde weitergehend sagen, dass das BSI es auch nicht weiter zertifizieren soll, aber es nicht auf die BSI-Zertifizierung ankommen soll. Herr Stockmeyer, Sie haben gesagt, es soll europarechtlich sein. Dann warum lassen wir eigentlich nicht alle die Geräte zu, die anderswo in Europa zertifiziert sind? Warum muss es denn unbedingt eine deutsche Sonderzertifizierung sein oder eine Extrazertifizierung, die alles andere als banal, sondern technisch hochkomplex ist? Wir wollen doch sowieso einen europäischen einheitlichen Standard haben. Das wäre die zweite Verbesserung. Die dritte Verbesserungsbereich, den ich sehe, ist es wirklich schlau, jetzt zu sagen, wir installieren auf Antrag mit einem Recht auf Installation einzelne Smart-Mieter nach einem ja dann völlig von oben betrachtet völlig zufälligen System. Denn werden sich wirklich flexible Stromtarife rechnen, wenn ich einen einzelnen Abnehmer habe, der vielleicht viel Strom verbraucht, weil er ein E-Auto hat oder so, wäre es nicht viel sinnvoller, jedenfalls sollten wir es in bestimmten Pilotprojekten versuchen, wenn wir sagen, wir nehmen ein ganzes Versorgungsgebiet und werden mit dem Verteilnetzbetreiber gemeinsam dieses ganze Versorgungsgebiet gemeinsam mit Smart-Mietern aufstellen, dann hätten wir auch endlich mal einen Datensatz, anonymisiert versteht sich, bei dem wir die Zusammenhänge mal ausprobieren können und gucken können, wie geht denn das mit flexiblen Stromtarifen. Insofern, Herr Meserosch, ich hatte, als ich Ihre durchaus humorvolle Erläuterung in Ihrer Rede über die Frage, wofür ist ein Smart-Mieter nützlich, hatte ich gesagt, das ist eigentlich nicht nötig, das wissen wir hier alle, bis die AfD kam. Da dachte ich mir, vielleicht doch gut, dass Sie das gesagt haben, muss ich es nicht wiederholen. Aber Sie haben dann Ihre Rede abschließend mit dem Satz gesagt, lassen Sie uns intelligent handeln. Ja, bitte, aber lassen Sie uns im Ausschuss darüber reden, ob wir wirklich all die Sonderwege, die auch dieses Gesetz jetzt wieder aufmacht, in Europa brauchen. Meine Sorge ist, dass es auch mit dieser Gesetzesänderung nicht die Erfolgsgeschichte wird, die wir dringend brauchen. Denn das haben meine Vorrednerinnen und Redner ja sehr mehrfach schon gesagt, und muss ich hier nicht wiederholen, natürlich brauchen wir die Daten aus dem Smart-Mieter, um den Stromverbrauch intelligent an die Stromherstellung anpassen zu können. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Markus Hümpfer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Liebe Mieterinnen und Mieter, liebe Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, vielleicht liebäugeln auch Sie mit dem Bau einer Photovoltaikanlage. Sie könnten Ihren eigenen Strom produzieren und dabei bares Geld sparen, das Klima schützen und teilhaben an der Transformation unseres Landes. Sie könnten, aber Sie können nicht. Sie können sich zwar die Anlage aus Dach stellen, aber die Anlage wird nicht ans Netz angeschlossen, weil die Kapazität nicht reicht. Das Netz ist voll. Es herrscht an vielen Orten Stau auf der Stromautobahn oder besser gesagt auf den Land- und Zufahrtsstraßen. Logisch wäre zu sagen, da müssen wir das Netz eben ausbauen. Und das tun wir auch, aber es geht nicht schnell genug. Das liegt zum einen an Genehmigungsverfahren, zum anderen aber auch am Fachkräftemangel. Und jetzt befinden wir uns ganz häufig in der Situation, dass wir den Menschen sagen müssen, der Wille ist stark, das Netz ist schwach. Und das ist frustrierend. Aber es gibt keinen Grund, die Energiewende abzusagen. Denn es gibt noch eine zweite Option, die bestehenden Netze, die Stromstraßen besser zu nutzen, den Verkehr intelligenter zu lenken. Denn momentan werden Anlagen unter der Annahme angeschlossen, dass alle gleichzeitig mit voller Last laufen oder Strom einspeisen. Das heißt, dass alle zu derselben Zeit die Straße nutzen, quasi permanenter Feierabendverkehr. Aber das wissen Sie alle, es passiert im Straßenverkehr genauso wenig wie beim Stromverkehr. Wenn wir den Verkehr aber entzerren, fließt er besser und schneller. Und hier kommt das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung ins Spiel. Denn erster Rollout der Smart Meter sorgt dafür, dass wir den Verkehr auf den Stromstraßen vor Ort intelligent und effizient lenken können. Erst dann haben wir die Datenlage, um zu verstehen, nach welchen Mustern wann und wo eigentlich Strom verbraucht und eingespeist wird. Dann können wir in Echtzeit Anreize setzen, den eigenen Verbrauch und das Einspeiseverhalten zu optimieren. Stellen Sie sich das wie ein Parkleitsystem oder ein Verkehrssystem vor. Anstatt dass Sie verzweifelt durch drei Parkhäuser fahren und überall feststellen, die sind voll, wird Ihnen sofort der Weg zu einem freien Parkplatz angezeigt. Sie sparen Zeit, Geld und Nerven. Sie haben einen Anreiz, dorthin zu fahren, wo es freie Parkplätze gibt. Die Zufriedenheit steigt, ohne dass neue Parkplätze gebaut werden müssen. Eine Win-Win-Situation also. Das klappt aber nur, wenn die Parkhäuser vernetzt sind und ihre Kapazitäten automatisch melden. Genau da müssen wir auch für das Stromsystem der Zukunft hinkommen. Denn wissen Sie, häufig heißt es, dass sich die Smart-Mieter für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht lohnen, dass sie gar nicht genug Strom sparen können, um die Kosten wieder reinzuholen. Das mag für ein einzelnes Smart-Mieter vielleicht sogar stimmen. Aber alle Smart-Mieter zusammen sparen jedem und jeder Einzelnen und unserem ganzen Land unglaublich viel Geld, Herr Bernhard. Sie ermöglichen erst das intelligente Stromsystem der Zukunft. Sie ermöglichen einen viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und damit niedrigere Strompreise. Sie ermöglichen einen effizienteren Netzausbau. Sie ermöglichen dynamische Stromtarife und damit echtes Sparpotenzial. Und sie ermöglichen, dass auch Sie Ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren und anschließen können. Die Smart-Mieter ermöglichen die Energiewende. Sie ermöglichen niedrige Preise. Und sie ermöglichen die Klimaneutralität unseres Landes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit diesem Gesetz den Rollout nun endlich ins Rollen bringen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfes auf Drucksache 19 5.549 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 7. Dann verfahren wir wie vor oder nicht den Gericht etwas einenug woven wird.